Wusstest du das schon? Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Jede gefundene falsche Antwort zehn Punkte. Was ist die Hauptstadt von Polen? An welches Meer grenzt Polen? Wie heißt die traditionelle polnische Wurst? Was ist ein beliebtes traditionelles Getränk in Polen? Welcher Fluss ist der längste in Polen? In welchem Jahr trat Polen der Europäischen Union bei? Wie heißt der berühmte polnische Astronom des 16. Jahrhundertes? Welches Gebirge liegt im Süden Polens? Wie heißt der größte See in Polen? Welches historische Ereignis fand 1989 in Polen statt? Wie heißt Polens nationaler Vogel? Welche Farben hat die polnische Flagge? Wie heißt die berühmte polnische Komponist des 19. Jahrhundertes? Welche Währung wird in Polen verwendet? Wie nennt man das traditionelle polnische Osternfrühstück? Welches Schloss gilt als eines der schönsten in Polen? Wie heißt der polnische Nationalfeiertag am 11. November? Was ist die Erurgie? In welcher Stadt befindet sich die berühmte Salzmine Wielixka? Was symbolisiert der weiße Adler im polnischen Wappen? Wie heißt die traditionelle polnische Suppe, die oft zu Ostern serviert wird? Welcher polnische Papst spielte eine wichtige Rolle beim Fall des Kommunismus? Was ist Bigos? Welche Stadt ist bekannt für ihre Lebkuchen? Wie heißt Polens längster Fluss? Wie heißt die Adler im Polen? Das ist eine kleine체적inale St сбer ligger. Wie heißt die Tradition? Auf kleinsten Fluss?